Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Shadow Warrior 2 mit dem Shiki-Boog. Ups, jetzt ist er weg. Da ist er. Ja, wir haben eine neue Aufnahme-Session. Wir sitzen hier wieder bei nächtlicher Hitze. Kennst du Hellgate London? Äh, vom Hörensagen. Ja, okay, das hat ein bisschen was davon. Was müssen wir denn machen? Ich habe mir gedacht, wir machen heute Hasenplage. Okay, entlarve die als normale Häschen getarnten Hasenfürsten und tritt ihn in den pelzigen Arsch. Oh ja, geil. Das machen wir. Ja, ich drücke Starten. Okay. Drücke W und rechte Maustaste, um den Stich auszufüllen. Komme ich jetzt hinterher? Ja, ich glaube ja. Ich hoffe doch. Ah ja, er geht. Ja. Ja. Wir machen jetzt so ein bisschen Hamburg-Action hier heute. Ja, ja. Mit brennenden Hasen und... Ja, wir sind die Cops. Oder? Nee, irgendwie so die Brä. Nee, ja. So, also ich bin da. Und hier sind ganz viele Kanickel. Ich bin auch da. Wo bist du? Da. Hier sind ganz viele Kanickel. Was ist hier? Oh, wo der Wiese. Was ist das denn? Ist doch kein Kanickel. Ja, doch. Oh. Der ist groß. Ja, ich sehe es gerade. Der andere auch. Oh. Wo bin ich? Okay, ich bin fast groß. Highland. Puh, drücken. Oh. Alter. Was war das denn? Okay. Was war das denn? Das war doch keine Kanickel. Das war doch keine Kanickel. Nee, müssen wir hier überhaupt langen? Ähm. Ähm. Oh, der ist weg. Oh, der ist da. Ich sehe nichts. So. Huch. Was ist hier? Ich weiß nicht, doch. Die führt hier lang, aber das ist hier... Oh, da ist der Nächste. Oh. Noch einer. Oh, yeah. Yeah. So viele rote Punkte, ne? Ja. Ich verliere da einen Überblick. Was ist denn hier los? Äh, Fire. Was? Hier Knut irgendwo was? Hier. Oh, der ist da. Hier ist ein Funken. Ui. Ui. Was ist denn da hinten, ne? Nee, da ist aber nicht lang. Aber da ist was. Guck mal. Ja, da ist ein... Nest. Bist du noch da? Oh, geht er mir. Ui. Boah. Hier ist ein Kanickel. Kiel. Habe ich. Ja. Hier ist irgendwo Heilung. Das ist noch eins. Huch. Hier war Heilung. Was ist denn los? Oh. Was du? Wir haben Führs. Hilfe. Wo ist er? Scheiße, das geht hinweg. Wo ist er? Oh, ich sehe den nicht. Hui. Boah, scheiße. Der rennt den her. Ich habe hier eine Kralle. Uah. Uiuiuiui. Da ist er weg. Ist er. Aua. Also das Vieh war echt übel in der Haare. Oh, hier steht er mal. Puh, was ist... Was ist denn hier alles? Ja, aber es war nur einer von Tausenden. Ähm, ja. Eins von acht. Wie eins von acht? Eins von acht Hasen. Ich glaube, wir sollten mal jetzt erstmal den Weg lang gehen hier. Was ist das hier? Die sind echt stark. Die ist voll. Hier ist das nächste Kanickel. Das hat sie versteckt. Hast du es gesehen? Da ist es. Willst du das wieder einen Hasenfürst? Nee. Äh, diesmal nicht. Du bist das nächste da oben. Warte mal, hier ist ein... So. Okay, okay. Oh, Skit. Oh, das ist ein Mieter. Oh, der ist... Der ist Widerstands. Was? Wer bist du hier? Oh. Oh, die Tierung verloren. Aua, aua. Das ist nicht ohne, habe ich das Gefühl. Genau. Das ist schon was für Pros. Also, die Karte geht hier lang, ne? Das Kanickel. Wo ist es? Tot ist es. Oh, 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 oh. Oh. Was ist hier los? Ein Höllenhorn. Okay. Okay. Mit der Kettensäge geht der jetzt auch los. Huch. Was? Was? Nicht mit mir hier. Ist auch nichts. Was ist denn hier? Was? Wo? Wo bist du? Da hinten schon. Ja, ich folge der Linie. Hier ist ein Kanickel. Oh, bitte lass uns ein Hasenfürst sein. Wo ist der Nächste? Hier grunzt irgendwas. Warum? Schiki, hier grunzt irgendwas. Oh, oh, du kriegst Besuch. Houston, wir haben ein Problem. Ja. Fang, 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 fang die besser. Ui, 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 ui. Ein Höllenhund. Ja, ja. Er ist Geschichte. Uh. Und hier ist noch ein Elite-Hellenhund. Okay, aber Geschichte. Noch ein Elite. Oh, mein Gott. Sehr gut. Also so taktisch nachdenken braucht man ja bei den Kämpfen nicht so wirklich. Doch, doch, doch. Also muss man. Also ohne geht gar nicht. Oh, gucke mal. Kleine Hüte. Oh. Nein, nein, nein. Nein. Oh, scheiße, ein Hasenfürst. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin hier beim Hasenfürsten. Wo ist der? Da bin ich. Da hier oben. Boah. Boah, hier geht's ab jetzt. Alter. Boah. Boah. Ich bin tot. Echt? Ja, so gut wie. Nein, nein. Boah. Oh, ich bin HG-4-2-T. Hohohohoho. Was? Wo ist er hin? Da. Wo ist er jetzt hin? Oh, ihr verkistet. Wo ist er denn? Da. Hier ist er. Tot. Ne, nicht tot. Bleib her, bleib her. Hey, not in the face. Nicht ins Gesicht. Ja. Okay, Hammer. Also Firefox, ernsthaft? Ja. Die haben bisher die stärksten Gegner. Echt? Ja. Na ja, rein äußerlich auf alle Fälle. Hier oben ist eine Kiste irgendwo. Hier. So, mehr als sieben Schuss wären gut. Ach so, die Schrotflinte werden wir auspacken hier. So, da oben ist irgendwas mit Reparatur, habe ich das Gefühl. Nee, das ist das hier. Ah, hier. Form von Eises. Okay. So, jetzt sagt die... Die Dings hier lang. Aber... Oh, jetzt eine Kiste. Ach nee. Ui, 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 ui. Ich fall runter. Ui, ich fall runter. Ja, oh. Wow. Das war knapp. So, ich hab einen Skillpunkt. Äh, wo ist das Häschen? Da ist das Häschen. Und? Und? Oh, ein Höllenstieg. Wow. Wow. Äh, ist das hier? Oh. Da ist das Vieh. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, der rennt immer dem hinterher, der hat's auch weg. Also mir. Nö, du bist schuld, sag ich doch. Jetzt ist es weg, teleportiert. Jawoll. Das fühlt sich gut an. Oh, wie viel haben wir denn schon? Erst drei. Alle Waffen sind... Oh, okay. Das war nicht gut. Drei haben wir erst. Mann. Also fühlt sich an wie zehn. Hier ist aber ein Kadickel. War's aber nicht. Oh, hello, no ammo friends. You ready to kill some people? Hase. Tschüss, Hase. Wo ist denn Hasilein? Keine Ahnung. Oh, da ist ein Spinilein. Oh, ein Riesenspinilein ist das aber. Oh, oh. Oh, oh. Hui. Was? Hier ist los. Okay, wie fällt er auseinander? Spiel ist kurz stehen geblieben. Ja, das sind so die Denkpausen, weißt du? Was ist das hier? Kern des Zwielichts. Aha, aha, aha. Ja, und du? Ich hab keinen... Doch, jetzt hab ich einen. Wir müssen hier drüben lang. Ich geh da drüben. Wo bist du? Ich geh mal, äh, den Zielpunkt an. Aber ich hab anscheinend einen anderen Zielpunkt dazu. So, ich hab hier einen getötet. So, ich bin hinter ihm. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn. Ja, hinter dir ist auch so ein... Ähm, ähm. Ja, da kommen noch ein paar mehr. Die sind für dich. Hahaha, danke. Ja, nur mit Liebe. Mit Liebe geweckt. Blöde Mistbücher. Wow. Hab ich hinter ihm? Nö, hab ich nicht. Okay. Also, Spinne. Da hast du größere Spinne. Was, was? Wo ist er hin? Hinter dir. Das andere hinten. Da oben ist ein Hase. Hab dich. Muss er. Da ist einer. Haha. Irgendwie kommt keine mehr. Oh, ne Spinne. Ne Spinne. Noch einer. Tja. Irgendwie doof, wenn keine Spinnen kommen hier. Also, äh, keine. Ne? So. Munition. Das ist nämlich gerade irgendwie bis in den Spielfluss. Ja. Hier unten sind wir. Spinne. Da ist noch ein Hase. 42 Meter unter uns. Wie geht das denn? Na, wahrscheinlich hier. 21 Meter? 20 Meter? Ne. Der ist irgendwo außerhalb des Levels, oder? Weiß ich nicht. Also. Warte mal. Ich glaube. Unter uns. Hier lag Geld. Na, unter uns. Das heißt doch, hier ist doch irgendwo eine Klippe. Warte mal. Ich habe jetzt gerade, ich habe gerade eine Wegführung hier. In den Dojo. Okay, hier ist er. Hier ist er. Wow, da ist er. Oh. Hasi. Hasi. Ich glaube, wir haben ihn. Let's go. Wow. Nummer vier. Hasi wollte es aber wissen, hä? So, hier hinten ist noch ein Hasi. Ich komme nicht rüber. Ja. Ich komme hier nicht rüber. Ist nicht so gewollt, ne? Dass man da lang geht. Ja. Das sperrt einen das Level einfach aus hier. Immer diese unsichtbaren Levelgrenzen. Oh, die haben Liebe gemacht hier gerade. Oh. 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 Was? Hinter dir. Wo ist es? Okay. Fünf von acht. Mühsam erlebt sich das Kanickel hier. Hast du das nächste? Ja, aber da kam nichts raus. Okay, kommt auch nichts raus. Da ist noch eins. Äh. Wo ist es? Boah. Wow. Ja, das Hasi war ein Griff ins Klo dahin. Recht. Hier ist noch ein Hasi. Hui. Hier ist er. Ah. Oh, der ging aber nicht so schnell. Ja, weil wir zusammen draufgekloppt haben. Ja, bestimmt. Hier ist ein Glückskeks. Wo? Ja. Hä? Hä? Die Bibel klägt uns auf, wie Gott zu sein, und beschleibt ihn dann Seite für Seite als Massenmülde. So. Irgendwie jetzt... ...und lass dich von ihm umbringen. Oh, oh, oh. Boah, ist das ein Genetze, ey. Boah. Wow, Hasi. Oh, die, die. Oh. Ich hänge irgendwo fest. Oh. Warum haben wir so viele Elite auf einmal hier? Uah. Irgendwo ist da eine Spinne. Da ist er. Uah. Uah. Jetzt noch weißt ich. Ja, einen müssen wir noch. Oh, einen nur noch. Ja. Na, das schaffen wir. Uh, hier unten sind... Oh, ja, ja. Mehr davon, mehr davon. Da hinten, komm. Das wird der letzte ultimative Hasenfürst sein. Nee, hier ist ein... Glückskeks. ...Zitate sind ein praktischer Ersatz. Viel Verstand. Für jeden guten Triumph, für jeden Augenblick der Schönheit, der in zahllose Seelen zertrampelt. Achtung. Da ist noch einer, ein schwarzer. Da ist er. Jawohl. Haha. Boah. Die in hell. Ja. Hol dir deine Belohnung ab. Wollen wir uns abholen? Oh, ich hab 357.000 Credits. Äh, ich auch. Wow. Jo. Ist sogar pünktlich für die Folge. Muss ich mal sagen. Ja, komm, wir geben das mal ab hier. Das war ja eine dieser Dingsmissionen. Erstellmission. Danke. Warte mal. Ich muss Enter drücken. Hier ist eine Liste ausgesetzter Kopfgelder. Wollen wir die nächste Kopfgelder-Motion mitnehmen? Ja, klar. Genau, pass auf. Achtung. Es ist ein trauriges Thema. Doch wir können es nicht länger ignorieren und müssen nun handeln. Die Dämonen, die wir Phantome nennen, sind die Dojo-Kids, die wir verloren haben. Sie wurden durch dämonische Magie der Schamanen des Schattenreichs wiederbelebt. Bitte erlöst unsere Brüder von ihrer erbärmlichen Existenz. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Aber wir konnten ja bloß eine mitnehmen. Die nehmen wir mal mit. Und, äh, ja, machen wir ein Päuschen. Ich brauch was zu trinken. Ich auch. Nur tschüss. Tschüss.